Okay, let's go. Leute, Mürritsch, Larry, dir fehlt dein Rang, Demi, deiner fehlt scheinbar auch? Ja. Und meiner auch. Das wird interessant, alles, natürlich Main-Accounts. Wisst ihr noch, welche Ränge ihr davor hattet? Also vor dem Update? Ich war Global. Du warst Global? Okay, ich war Supreme. Jetzt schauen wir mal. Ich würde übrigens B-Short gehen. Ich gehe... Ich gehe B-S-N-M-A-L. Wir wollen schon gewinnen. Riecht nach A, ich gehe kurz lower gucken. Yo, lower einer. Ist weg. Einfach zu einfach, Alter. Coming. Easy peasy, lemon squeezy, einfacher... Ich bin Brake und ich habe Bier geholt. Ah, Brake. Brake, hast du gestern Nacht noch gebrochen, oder? Nee. Komplett unverantwortlich, so früh schon zu trinken. Selbst wenn es 10 Uhr wäre, was ist daran schlimm? Na ja, gut, ich sage mal so, ne? Bier vor vier? Nein, kein Bier vor vier bezieht sich auf das Alter und nicht auf die Uhrzeit. Ach so. War das der? Nee, ne? Noch einer, noch einer, noch einer. Der zweite kam von links erst dazu, der der genascht hat. Achtung close. Ja, der hat gerade Code genascht, dieser eine. Tateaus oder Sandwich. Höh! Warum macht der nur so einen Footstep? Ich dachte, der rennt richtig raus. Noch einer, Tateaus. Jenny, einfach so einfach, wie er hinfällt. Aargh! Sehr cool, tschüss. 30 Minuten. Tschüss. Häh? Was? Mitte raus. Shot, shot einer und bei, bei, share mein ich. Und Zeit A. Schade, schade, schade. Lauer keiner? Ramp ein Palace, ramp ein Palace. Okay. Riese, mach was Gutes. Also Palace hat gesteppt weiter hinten, hab ich den gehört. Jetzt! Ohohoho. Warte, 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 warte. Jetzt, 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 jetzt. Achtung durch die Smokep. Stopp! Ach, Mann! Das ist doch scheiße! Komm, die sind ja auch nur vier, da schießt er mit Absicht mal daneben auf. VB einer. Shot smoke. Shot close. Shot close. Noch einer, hat nen Hit. Scheiße. Boah! Rechts in der Ecke. On one Larry, on one! Schade. Na jetzt aber, Jungs. Äh, okay. Why cheating? Äh, Mitte auch einer. Close, Con. Close, Con. Close, Con. Ja, Mitte. Sage mal. Ne, ne, ich hab ja gesagt, das ist schon vor, Con. Die waren direkt, die waren direkt close. Da sind drei Leute, Mitte. Ich glaub, die werden A gehen. Und wir connect gleich. Ja, Con. Connect da drinnen. Ach, einer ist im Window ganz links in der Ecke. Was ist für ein Kack-Froge, Mann. Shot. Nice, das... O.B. Sehr schön, nur noch zwei. Kann ich mal was cooles machen? Ja, mach mal. Uiuiui. A raus. Ficht nach allen. Zwei. Zwei Tippes. Ich geh rüber auf City, bzw. Ach, leck mich doch mal an, wenn ich lauf. Na, ist sehr schön, das war der. Noch einer Side. Ninja. Nur noch einer. Mach langsam, mach langsam. Larry, warte mal, Larry, warte mal. Ein First Jump? Ja, ja. Oh, gott des Willen, Alter. So, komm, ich mach der auf. Let's go. Ist Mitte schon durch? Ach, ne, ich glaub nicht. Shot. 71 in eins. Palazzo, Palazzo. Clash. No, ich komm, gut half auf. Frage. Ihr geht zu dritt in Paris rein, dann mach ich Jungle, dann macht irgendwie Stairs. Äh, bei uns, wir wurden gesehen. Stairs, Achtung, Stairs. Ich geh auf den Plant. Mach ich aber trotzdem. Komm, komm. Ist weg, ist weg. Einfach zu einfach. Alles ist so. Alles ist so. Alles ist so. Ich hab nix gecheckt, ich bleib einfach auf 1K. Ich check noch ein bisschen. Oh, sieht gut aus. Nice. Ah, einer bei, äh, K. Nice. Check, eine Apps. Okay, wow, Larry, Lügner. Stehen sie mal da. Hm, ja, Larry, da war ja noch jemand auf B. Larry, da ist schon ein anderer. Der ist auf A, die Sau. Mach den, Larry, mach den, mach den. Oh, scheiße, Larry, scheiße. Äh, und jetzt, Niesel? Noch mal Arme. Der macht Windows, Max. Sehr gut. Der macht Windows, hat er gesagt. Nate in Window. Ich molle mal Shot. Ja, mach mal. Ach so? Shot ist weg. Ja, Windows ist nicht blind. Links. Äh, jetzt aber nicht alle in den rein, danke. Doch, komm. Bin auf B drauf. Con ist, äh, oh, Bombe ist über, hm, hm. Komm, lass nochmal diese Smoke schmeißen und dann einfach Short durchrennen. Ach so, wir haben nicht so viel Geld. Okay, ich hau eine Flash ins Window rein, Jungs. Nicht mehr in der Gucken, danke. Oh mein Gott, Con. Nice. Alles gut, Nico. Alles, alles für mich, alles für dich. Ich wollte extra in deinen Schuss, äh, Demi, Nico dich. Schurz. Demi, Flash über dich. Demi, ich nade in dich hinein. Ach so? Jungs, ich mach gar nicht, ich hab gelockt. Ich geh hier auf. Ich hab gesmockt, ja. Ah, danke, Nico, danke. Oh, geil, ich hab mich selbst genadet. Gönnung. Wann wollt ihr, bei 40? Oder, äh, 35? Oder, äh, 35? Nö, lass ein bisschen später. 35. Illegal, meine Damen und Herren. Ja, ich geh direkt bleiben. Was läuft denn da auf mir rum, Männer? Was ist da los? Wow! Der hat mich gesehen, die Sau. Ich flash den, ich flash den. Warte, warte, warte. Ach so. Äh, geil, geil, geil. Man gönnt sich ja sonst nichts. Man gönnt sich ja sonst nichts. Alter, ich hab ja auch zwei, ich hab noch zwei Mates. Wenn ich jetzt niemanden fronten möchte. Larry? Die ZD-Smoak nicht. Äh, ja, das ist allerdings wahr. Der Jungle-Smoke-Lag auch nicht. Aber die Stairs-Smoke-Lag auch nicht. Aber die Stairs-Smoke-Lag, wieder eins. Muah! Ja, die Stairs-Smoak-Lag. Gut, dann greife mal auf alte Taktiken zurück. 64, dicke ich was das. Demi macht top-Bit-Smoke-Gehend-Short. Alles klar. Ich mach noch ein... Ohhhh. Also das ist durch die Smoke ohne Smoke-Indikator. Ekelhaft. Larry, jetzt renn halt mal. Du hättest Nico retten können, Larry. Deine Sache. Demi macht Back-Step, Leute, keine Sorge. Oh, ist das wohl das... Ich geh bei diesen Kindern. Oh ja, Apps. Es ist broken. 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 Ich hab noch nicht gehört. Gott down. Nein, sorry. Wer lebt noch? Ja, ne. Noch, immer noch. 16 HP left. Ich hab halt... Meine Galil-Action ist natürlich eher... Das ist natürlich... Die sind nur noch zu dritt. Ich bin eine Waffe. Meine Güte, geht ab! Ich glaub Nico kotzt gleich. Hey, Jungs, Hacker. Wenn du denkst... Jungs, ich muss jetzt nur hoffen, dass Dortmund heute nicht choke. Die waren das Niesel, keine Sorge. Ja, wenn Dortmund heute noch gewinnt und, äh... Ja, morgenspäter ein Leipzig. Schon gehört, dass es einfach ein Tree-Game eingeht. Das ist das Schlimmste. Wenn du ne Wette hast, die über mehrere Tage geht. Ja, ich hab... Also, auf der Seite schon, dass die heute spielen. Deswegen haben wir auf Leipzig gesetzt. Aber die spielen nicht erst morgen. Stell dir mal vor, hier, Gladbach muss gewinnen. Ja, Gladbach für 3-1 jetzt. Stell dir mal vor. Achso, und wer muss noch gewinnen? Äh, Freiburg. Die 4-4-0. Und noch das andere Team, das morgen spielt, also... Ja, heute muss Dortmund noch gewinnen. Achso, die spielen auch noch. Dortmund spielen auch noch heute. Stell dir mal vor, die gewinnen, oder? Dann musst du nur noch dieses eine Team gewinnen. Ja, Leipzig. Alkohol. Ist vielleicht auch keine Lösung, aber... Oh, ey. Besser als D. Ist aber nicht von Alligator. Oh, Leute, jetzt geht los. Achtung, auf, wenn du sie reden. Bing, 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 bing. Ja, da fehlt's Hates. Und was soll ich swopen? Gar nichts, fahrt einfach raus. Ich lebe nur zu dritt. Einfach rausfahren, ne? Ja, City, frisst meine Nade. Äh, da drin... Sehr schön. Alles ist, alles ist. Ich brenne so ein bisschen. Genau. Also, das. Achtung, jetzt wartet auf die Ranks, pass auf. Einstein hat drin. Blöde vier! Supreme. Warst du auch vor als Supreme gehabt? Ey, ich hab mein Globel wieder zu. Aber schöne Shotgun Nova, ey. Shotgun Nova. Oh, Leute, die Predator. Gibt's im nächsten Giveaway-Ala. Wow! Ja, und der Rest? Wie seid ihr eingerankt worden? Ich seh's ja gleich, warte. Demi, Larry. Also, das heißt, bei uns hat niemand seinen Rang verloren, oder? Larry und Demi? Wir sind alle einfach auf dem selben Rang wieder eingespielt. Conclusion? Nice car. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe. Was? Was?